Well, Cuphead and his palbug man, they like to roll the dice. By chance they came on devil's game and gosh they paid the price. Jo, hi, willkommen, mein Name ist Andy Rölp. Und mein Name ist die Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Cuphead. Ja, Cuphead. Wir haben endlich den Hohen, den Biebenboss besiegt. Hurra! Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Ja, Schroffergrat. Das letzte Roll'n'Gun-Level. By the way, es gibt insgesamt nur 6. 6 Roll'n'Gun-Level. Ja, da muss man das auch schaffen. Ja, wenn ich jetzt schon alleine geschafft habe, dann schaffen wir das zusammen doch auch. Ja, soweit war er jetzt nicht entfährt. It's on. So, komm her. Ja, das war richtig. Ja, danke. Ja, danke. Ich habe noch mal wieder. Die sind ja auch einfach nicht tot. aufgestürzt noch ein herz ja du mein bester freund ist wir haben die münze verpasst aber wir haben wir haben die münze verpasst also können wir ganz normal von vorn anfang weiter 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 nein ich bin ein bisschen ab wenn er wieder kommt weiter 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 ich wollte das feuer rechte situation ist das klein ich hab ja ja es ist nicht gut ich kann noch gar nicht gut sein dann war ich mich jetzt wieder die münze weiter 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 Oh du sagst! Oh du sagst! Du sagst! So loud! Ich bin tot! Ich bin tot! Oh du sagst! Oh du sagst! Okay Was? Wie? Oh man! Wie? Ich hab keine Ahnung! Oh ok Nein Noch mal von vorne Sieht ganz aus, wenn er hat Feuer jetzt nicht mehr oder was? Und wir sagen genau gut Weil sie müssen Wir können dem Feuer eigentlich kinderleicht ausweichen Danke Hinsichtlich Ich bin ausgewich' Hey Dann Geh mal kaputt Danke Oh mein dann kann der nächste diesmal auch besser nein so wie dazu du hast noch 3, ich hab noch 4 ja es sind insgesamt noch 7 oh Gott oh Gott oh Gott nein naja jetzt sind wir aufgetaucht aber weiter gut bin ich für den teller müssen wir machen also ich bin es eigentlich gerade eingesammelt ja habe ich jetzt so wirklich mal direkt da kommen sie immer runter ja genau das macht den weg so wir haben du hast noch zwei ich habe noch drei ja das hier ist nicht so schwer wir werden schon irgendwie mit zwei drei versuchen grober kommen nein das vorher gespringt ja schon sagen einer von uns muss das einsam nein das zu Ende da ist das Ende kommen bravo 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 volle schatzkammer nochmal als geld hier oder wir haben noch nicht alle münzen gefunden aber wir haben uns alle münzen aus den verhandlungen geholt ja wir haben noch ein paar bosse ja das ist was für ein rang c pfff scheiße drauf ne ja wir haben wohl mal pariert ich dachte wir hätten wir hätten einmal pariert also ich sowieso nicht also ich versuche ja immer zu parieren ich auch auch dieser wolfgang auch immer sehen und zu sagen was man auch in zwei kann er hat keine ahnung was weniger ist mehr bedeutet ich weiß dass er meiner meinung seit jetzt überzeugt diesen blechkopf von uhr er hat nicht mehr auf mich also das ist immer noch der sack hier wird erstmal einkaufen ja wir sind shoppen uns auch zweiter ja willkommen ich nehme die ladung eine münze ja mir fehlt noch eine münze die fehlt noch eine münze damit du dir in den letzten schuss holen kannst du nicht die ganze zeit verwende nur gut ausgezeichnet ja ja wo waren wir ihn ja noch nicht hier oben ok komm machen wir direkt noch einen Bullshit Boss ja Dr. Karls Roboter in Haldenfuhr Haldenhula ja ja by the way das ist ein Flugzeuglevel oh ne doch und es kommen noch insgesamt in dieser Welt zwei Flugzeuglevel ok und das ist eins davon wir müssen denen erstmal alles an öffnungen wird kaputt machen wie hier auch dann die betrugt freut mich da oben muss auf den kopf ziehen ja auch damit erledigen müssen da oben müssen als erstes da kann es ja irgendwie gar nicht dran wenn man das übrig ist er tut so oder so und nämlich damit schließen der bauch ist auch weg ich mache es immer so ich fange immer erst unten an und erst da unten im bauch damit diese ganzen bomben da rauskommen weil die kann man eigentlich dann hier die brust und dann zum schluss den kopf bei dem kopf und kann man am einfachsten ausweiten dann machen wir also Oh, da kommt ihr euch? Ja, nur, da kommt ihr euch. Der schlängert sich, ich komme nicht lang. Boah, ist schon hart. Ja. Ich bin tot. Nein. Das ist natürlich die kürzeste Phase. Wir kriegen jetzt hier so ein bisschen hin und her. Und wir müssen ihn einfach weiter abschieben. Da habe ich gesehen. Ja. Bin tot. Thank you. Thank you. Ich glaube, mein Spezial einsetzen. Nein. Nee, dafür ist es nicht wer hat. Nein. 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 Aber jetzt, man muss ich ja steuern. ich bin dann doch so ziemlich Handspielung Warum kommen so viele von denen Seinen körper meinst du Sein körper hat noch kein körper Johnson muss gehen Kontert Oh mein Gott er hat ein Chaos gesammelt So heißen sie übrigens Oder hat den chaos Smaragd Smaragd Ja 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 Und ich muss echt sagen Was sollen das Sondern warum wollen die Die Sega Fans tatsächlich noch beleidigen Ich meine Ich glaube damit haben sie es ja auch gerade schon geschafft Aber was sagst du dazu Ja ich weiß nicht Wir haben jetzt irgendwie Spiele sind bei den letzten Teil sowieso nicht so gut Da soll ein Film da irgendwie ändern Und dann Im Soli Railways sind so so richtig Ja Die machen das so einen großen Wirbel rum Das heißt das kann ja gar nicht kacke sein Ähh Und da war eine Bumpe by the way Ich weiß Aber ich kann nirgends reden aus Und warum denn nicht Auer Weil so ein Strahl da war Weitere drei AP noch Sondern Ich bin nicht immer wieder ... BOOM! Nein, ich bin nicht ... Nein, ich bin nicht ... Warte ... Komm schon, die Nause! Oua ... Ich ... Dürr ... Ich hab nicht gesagt ... Immer mehr, Bobben ... ich habe irgendwie so ein gefühl dass ein angriff gar nichts gemacht mal schauen warum ist noch da wie viele minuten haben wir noch mehr zeit ist eine anspielung weil er seine augenbrauen die ganze so was von samspielung an weil sie blöd getroffen bei mir ist es auch nicht viel besser ja dann schon eine spezielle wenn ich die ganze zeile immer ab wäre die aus der brust rauskommt nein ich habe einen fehler gemacht ich habe jetzt schon meine spezielle spezielle eingesetzt dabei muss ich die eigentlich immer nur um das herz an zu greifen das ist auch nicht so schwerfällig das möchte ich auch schon nehmen den seiner näher zu werden ich glaube nicht wir helfen uns gegenseitig so eine brüder liebe gibt es nicht explodiert so große brüder liebe gibt es nur bei uns ja genau das ist noch eine gut nein nein muss es jetzt richten den schnappen und sich dort machen wir mit dem den schnappen und danach stecken wir den aufs altmetall natürlich um oben ich kann man mich hier um die bomben ja da kommt noch dann war das möglich auch nicht nein also du hast noch fünf ich hab noch vier das vier scheiße auf jeden fall schaden oder das war ich habe lieber ein bisschen und da möchte ich erreichen dass ich der allgemeinen sollten bei unten bleiben deswegen ich musste nach oben fliegen da muss er erstmal wobei ich sagen meine güte der ganze teil ausgezogen und wir hier schauen hier schauen kinder zu keine alten männern jetzt das gibt wieder unseren b-rang von neuer rekord ein brandneuer rekord wie wir immer rekord aufstellen ja in 22 minuten 22 minuten ich glaube dann reicht das nicht mehr für einen bus dr karls roboter also die uhr ludwig hat euch also sein weniger ist mehr eingetrichtert wie wenn ihr weiter mit ihm redet hört ihr nie wieder normal sagt nicht ich hätte euch nicht gewarnt online auch ein theater doris die war in theater turbulenz aber machen noch haben wir dafür noch die zeit versuchen wir versuchen es nicht schaffen müssen wir können uns ja wenigstens die mühe geben gleich schaffen war ja beide fünf hp ja also insgesamt zehn die kreiber die man mit typen im hinteren los oder mehr mann ja keine ahnung was mit dem los ist der ist wahrscheinlich irgendwie auf dem trip das wohl jetzt das ja nicht aber zweite phase allein und wir werden hier mann das beste ist normalerweise kommt die immer vor und von rechts das muss man sagen ach so so war Ich kann doch nicht töten, das ist klar. I am dead. I'm alive. Du hast fünf Dinger, wollte ich dir auch noch gerade sagen. Oh nein. 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 Dritte Phase. Ich bin jetzt aber auch nicht so schwer. Ich muss auch passen. Big wave. Die Stirn rüber zu sprengen. Ach so. Die Hälfte. Mach das so weg. Jetzt ist mein Name. Er hat jetzt auch die Klasse. Der Kuss gerade auch. Ja. Pariert. Okay, wir haben keinen Schaden erlitten. Ja, das geht. Zweite Phase. So, Aldo. Wie hast du schon wieder auf Punkte? Ja, aber nicht mehr hierher. Da, Babys. Oh. Oh Gott. Gott. Du hast noch voller HP. Ja. Jetzt habe ich volle Dinge. Kann. Lightning. Oh. 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 Nein. Oh Thornton. Was? Nein, nicht mehr. Ah, ja. letzte phase war macht doch mal ein stück der bleibt die ganze zeit nein wie soll ich die treffen er ist er voll kacke schräg schießen das volkern und kommt sei sie nachgau sehr gut ich mache wie aus part 4 ja da waren jetzt zwei richtig harte busse ja die wir trotz allen mühen besiegt haben ja ich bin noch übrig einer zwei busse sind noch übrig die wärme auch irgendwann schaffen ja dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn es heißt kaputt wir haben zu schauen und tschüss And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their hands.